Nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, wurde er in ein großes Steingrab gelegt. Ein großer Stein wurde vor das Grab gerollt, um es zu verschließen. Zwei Tage später gehen die Frauen zum Grab. Da sehen sie, der Stein ist weggerollt, das Grab ist offen. Sie gehen in das Grab hinein und sehen, Jesus ist nicht mehr da. Die Frauen fragen sich, wo ist Jesus? Jesus, plötzlich sind da zwei Engel. Sie sagen zu den Frauen, ihr sucht Jesus? Hier könnt ihr ihn nicht finden. Er ist nicht mehr tot, er lebt. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Die Frauen laufen schnell zu den Jüngern. Sie erzählen vom leeren Grab und den beiden Engeln. Aber die Jünger wollen ihnen nicht glauben. Sie sagen, das kann doch gar nicht sein. Doch Petrus will es genau wissen. Er steht auf und geht zum Grab. Er schaut hinein, doch Jesus ist nicht da. Er fragt sich, was ist mit Jesus? Kann es wahr sein, dass er lebt? Am gleichen Tag gehen zwei andere Jünger von Jerusalem zum Dorf Emmaus. Sie sprechen über das, was die Frauen erzählt haben und sind traurig, weil sie denken, Jesus ist tot. Da kommt ein Wanderer, er geht mit auf ihrem Weg. Es ist Jesus, aber die Jünger erkennen ihn nicht. Er fragt, warum seid ihr so traurig? Und da erzählen ihm die Jünger, was geschehen ist. Jesus sagt zu ihnen, Gott hat gewollt, dass alles so kommt. Warum glaubt ihr nicht? Sie kommen nach Emmaus. Die Jünger bitten den Wanderer, bleib bei uns, es ist schon Abend und wird gleich dunkel. Jesus geht mit ihnen ins Haus. Bei Tisch nimmt Jesus das Brot. Er dankt Gott dafür. Er bricht es in Stücke und gibt es ihnen. Da gehen ihnen die Augen auf. Sie sehen, es ist Jesus. Im gleichen Augenblick ist Jesus verschwunden. Die beiden Jünger laufen zurück nach Jerusalem. Sie erzählen den anderen, Jesus lebt. Er ist wirklich auferstanden. Wir haben ihn mit eigenen Augen gesehen.